Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video möchten wir dir den Elefas W13M Wi-Fi Mini Beamer vorstellen. Dieses kompakte Gerät verspricht eine beeindruckende 1080p HD Bildqualität, eine Helligkeit von 15.000 Lumen und viele weitere spannende Funktionen. Ist der Elefas W13M wirklich so gut, wie er klingt? Lass uns gemeinsam einen genaueren Blick darauf werfen und herausfinden, ob dieser Mini Beamer das Zeug dazu hat, dein Heimkinoerlebnis oder Outdoor-Abenteuer zu bereichern. Bleib dran und erfahre alles, was du über diesen tragbaren Projektor wissen musst. Der Elefas W13M Wi-Fi Mini Beamer besticht durch sein kompaktes und tragbares Design. Durch seine kompakten Maße kannst du ihn leicht in einer Tasche oder einem Rucksack verstauen. Ideal für unterwegs. Ob für Filmabende im Garten, Präsentationen unterwegs oder das gemütliche Heimkino, der Elefas W13M passt sich deinen Bedürfnissen an. Das Gerät kommt mit einer praktischen Tasche, die nicht nur den Transport erleichtert, sondern auch Schutz vor Stößen und Kratzern bietet. Besonders erwähnenswert ist das mitgelieferte Stativ, das eine stabile Aufstellung des Beamers ermöglicht. Dank des flexiblen Stativs kannst du den Projektor nahezu überall aufstellen und hast stets eine sichere Basis für deine Projektionen. Ein Highlight des Elefas W13M ist seine beeindruckende Bildqualität. Der Beamer bietet eine Full HD 1080p Auflösung, was für klare und scharfe Bilder sorgt. Besonders hervorzuheben ist die Helligkeit von 15.000 Lumen. Diese hohe Lichtstärke garantiert, dass die Projektionen selbst in helleren Umgebungen gut sichtbar sind. Zusammen mit der NTSC Farbtechnologie und einem Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1 stellt der Beamer lebendige und realistische Farben dar. Dadurch wird das Filmerlebnis auf ein neues Level gehoben, sei es beim Schauen von Filmen, Serien oder beim Spielen von Videospielen. Der Elefas W13M ist mit Dual WiFi, 2,4G und 5G ausgestattet, was eine schnelle und stabile Verbindung ermöglicht. Dadurch wird das Screencasting von deinem Smartphone oder Tablet besonders einfach und reibungslos. Egal ob du ein iPhone, ein Android-Gerät oder ein Tablet verwendest, mit diesem Beamer kannst du deine Inhalte mühelos projizieren. Die breite Kompatibilität erstreckt sich auch auf HDMI-fähige Geräte, TV-Sticks, USB-Sticks und Lautsprecher. Somit kannst du eine Vielzahl von Geräten problemlos anschließen und genießen. Ein weiteres Plus des Elefas W13M ist seine benutzerfreundliche Handhabung. Durch die Zoom-Funktion kannst du die Bildgröße flexibel von 30 bis 200 Zoll anpassen. So kannst du die Projektion genau auf deine Bedürfnisse abstimmen. Die eingebauten Dual Stereo Lautsprecher mit SRS-Soundsystem sorgen für einen klaren und kräftigen Klang, sodass du keinen zusätzlichen Lautsprecher benötigst. Außerdem verfügt der Projektor über eine sichere und intelligente Einschlafautomatik, die den Beamer nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet, um Energie zu sparen. Ein oft unterschätztes Merkmal von Projektoren ist das Kühlsystem und der Geräuschpegel. Der Elefas W13M punktet hier mit einem fortschrittlichen Kühlsystem, das die Wärme effizient ableitet und so die Lebensdauer des Geräts verlängert. Zudem wird das Lüftergeräusch um 80% reduziert, was besonders bei langen Filmen oder Präsentationen angenehm ist. So kannst du dich voll und ganz auf deine Inhalte konzentrieren, ohne von störenden Geräuschen abgelenkt zu werden. Der Elefas W13M ist äußerst vielseitig und eignet sich für verschiedenste Anwendungsbereiche. Ob im heimischen Wohnzimmer, im Garten für eine Outdoor-Filmnacht oder im Büro für Präsentationen, dieser Mini-Beamer macht überall eine gute Figur. Nutzerberichte und Online-Reviews loben besonders die einfache Handhabung und die hervorragende Bildqualität. Auch die schnelle und stabile Wi-Fi-Verbindung wird oft positiv hervorgehoben. Trotz einiger kleinerer Mängel wie das Kontrastverhältnis, das von einigen Käufern manchmal als nicht ausreichend empfunden, um wirklich tiefschwarze Töne darzustellen, bietet der Elefas W13M ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für einen vergleichsweise geringen Preis erhältst du einen gut ausgestatteten Mini-Beamer mit vielen nützlichen Funktionen und einer überzeugenden Bildqualität. Besonders die Dual-Wi-Fi-Funktion und die umfassende Konnektivität machen diesen Projektor zu einer lohnenden Investition. Im Vergleich zu anderen Mini-Beamern in derselben Preisklasse schneidet der Elefas W13M gut ab. Viele Konkurrenten bieten nicht dieselbe Helligkeit oder die Dual-Wi-Fi-Funktion. Auch die mitgelieferte Tasche und das Stativ sind bei vielen anderen Modellen nicht standardmäßig enthalten. Dies macht den Elefas W13M zu einer attraktiven Wahl für alle, die nach einem leistungsstarken und dennoch tragbaren Projektor suchen. Der Elefas W13M Wi-Fi Mini-Beamer ist ein beeindruckendes Gerät, das viele Vorzüge bietet. Mit seiner hohen Helligkeit, der guten Bildqualität und den vielfältigen Konnektivitätsoptionen eignet er sich hervorragend für Heimkino-Enthusiasten und mobile Anwender. Trotz kleinerer Schwächen überzeugt der Beamer durch sein Gesamtpaket und das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis. Wenn du auf der Suche nach einem tragbaren Projektor bist, der dir sowohl drinnen als auch draußen großartige Unterhaltung bietet, ist der Elefas W13M definitiv eine Überlegung wert. Bei Amazon erreicht der Elefas W13M Wi-Fi Mini-Beamer eine Kundenzufriedenheit von 4,1 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 1200 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 100 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Aktionscode über unseren Link sparst du zusätzlich 10%. Das war's mit unserem Video über den Elefas W13M Wi-Fi Mini-Beamer. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Elefas W13M Wi-Fi Mini-Beamer zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Beamer von Elefas haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.